Liebe Studierende, willkommen zur neunten Videoübung des Semesters zum Thema Fotoeffekt. Mit dieser Aufgabe setzen wir uns mit der Mutter aller Experimente auseinander, das zur Entwicklung der modernen Physik geführt hat, d.h. mit dem Fotoeffekt. Um die experimentellen Feststellungen des Fotoeffektexperiments zu erklären, muss man nach Einstein das Quantum des Lichtes, d.h. das Photon, einführen. Licht lässt sich als Dualismus zwischen Teilchen- und Wellencharakter darstellen. Das Photon selber stellt den Teilchencharakter des Lichtes dar und ist eine Art Paket von Energie, das in der Materie absorbiert werden kann. Nach Einstein stellen wir uns ein Material als Energieloch vor, wo die Elektronen befangen sind. D.h. energetisch gesehen, in einem Energieschema, befinden sich die sogenannten Elektronen als Teilchen in einem Energietopf, der tiefe Phi, bekannt als Austrittsarbeit. Die Energie des Photons, nämlich Planche-Konstante mal die Frequenz der Lichtquelle, wird absorbiert und wird benutzt, erstens um die Austrittsarbeit zu kompensieren und was noch übrig bleibt, wandelt sich in kinetische Energie des photoemittierten Elektrons. In anderen Worten, muss die Energie des Photons mindestens so groß sein wie die Austrittsarbeit des Materials, um das Elektron vom Material selber befreien zu können. Dies führt uns direkt zur Antwort der ersten Frage. Der einzige Laser, der in Frage kommt, ist der Xenon-Laser. Die Energie dessen Photonen, können wir vielleicht Folgendes schreiben, Energie des Photons eines Xenon-Lasers, ist eben wie gesagt gleich Planche-Konstante mal die Frequenz der Lichtquelle. Das ist auch anders geschrieben als Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge. Das beträgt im Fall des Xenon-Laser 7 Elektron-Volt. Eine Energie, die groß genug ist, nämlich für die Kompensation der Austrittsarbeit. Die Photonen der anderen beiden Lese haben nicht genug Energie, um ein Elektron aus einer Magnesiumplatte mit der Austrittsarbeit Phi von 3,7 Elektron-Volt herauszulösen. Frage 2 Teil A Aus dem Ergebnis des ersten Teils der Aufgabe ist die gesuchte Energie des Photo-Elektrons dann. Wir wissen, dass nach Einstein die Energie des Photons ist eben, wie bereits erklärt, gleich der Summe der kinetischen Energie der befreiten, photoemittierten Elektronen plus die Austrittsarbeit. So, die kinetische Energie, die gesuchte kinetische Energie der photoemittierten Photo-Elektronen ist dann gleich die Energie des Photons minus die Austrittsarbeit. Und dies ist tatsächlich ca. 3,3 Elektron-Volt. Frage B Mit der Kenntnis der Wellenlänge des Photons und der Leistung des Lasers berechnen wir auch die sogenannte Rate der Photonen pro Sekunde. Wir können diese als R für Rate der Photonen das ist definiert als Leistung Leistung ist eine Energie-Pro-Zeit-Einheit und geteilt durch die Energie des einzelnen Photons gibt mir dann wenn wir auch diese Schreiweise benutzen Leistung mal Wellenlänge geteilt durch Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit und das entspricht 2,2 mal 10 hoch 17 Photonen pro Sekunde das wäre eben die gesuchte Rate der Photonen. Und für die Frage C mit der Annahme, dass die Elektronen-Emissionsrate nennen wir diese Re gleich groß wie die Rate der eintreffenden Photonen R4 bereits berechnet ist beträgt dann der benötigte Strom zur Magnesiumplatte um die entfernten Elektronen zu ersetzen können wir dann dies mal Qe das ist gleich dann die Rate der Photonen mal Qe wobei Qe ist hier die Elementarladung eines Elektrons Tatsächlich, wir gehen davon aus dass pro Photon wird ein Elektron emittiert das ist die Voraussetzung dieser Aufgabe und jetzt können wir mit Teil 3 uns beschäftigen erstens bei der Frage A man fragt nach der gesamten Energie der photoemittierten Elektronen für diese Frage stellen wir uns vor dass die Photoelektronen die eben mit einem Photon angeregt werden und vom Material befreit werden dass diese eben senkrechte relativ zur Magnesiumplatte emittiert werden und werden dann in einem homogenen elektrischen Feld hier wegen dieser Spannung beschleunigt Tatsächlich, ich wiederhole hier die allgemeine experimentelle Anordnung des Photoeffekte-Experiments Licht, nämlich diese Pakete von Energie diese Photonen können Elektronen befreien wenn eben diese Voraussetzung erfüllt ist dass die Energie des Photons mindestens so groß ist wie die Austrittsarbeit des Materials und eben die photoemittierten Elektronen können sozusagen gemessen werden wenn die Bewegung dieser photoemittierten Elektronen in einem äußeren elektrischen Feld berücksichtigt ist erzeugt eben eine Potentialdifferenz nämlich bei einer Spannung zwischen metallischer Platte und dieser Anode So, die totale Energie eines durch die Potentialdifferenz nennen wir dies Delta U beschleunigten, photoemittierten Elektrons ist ganz allgemein nennen wir dies E-Total ist dann gleich die Ladung die Elementarladung des Elektrons mal diese Potentialdifferenz zwischen Platte und Anode plus eben die kinetische Energie die wir bereits in der Frage 2a berechnet haben und eben die totale Energie besteht erstens auf diese kinetische Energie aber dazu wie gesagt kommt noch die Energie verknüpft mit der Potentialdifferenz Delta U das ist die allgemeine Darstellung und jetzt können wir auch die Frage 3b beantworten für diese Frage denkt man an Teilchen wie zum Beispiel Elektronen als Wellenpaket das heißt mit einem Wellencharakter nicht nur Licht aber auch Teilchen können mit dem Dualismus Teilchenwellennatur charakterisiert werden die sogenannte Materiewelle die eben hier im Spiel ist ist mit der berühmten De Broglie Wellenlänge charakterisiert aus der Vorlesung wissen wir dass die De Broglie Wellenlänge eines nicht relativistischen Elektrons mit der totale Energie Etot so definiert ist also diese De Broglie Wellenlänge ist eben gleich das haben wir in der Vorlesung berechnet die Planche Konstante gedeicht durch Wurzel von zweimal die Masse des Elektrons mal eben diese totale Energie und gefragt eigentlich bei der Frage B ist wie groß muss diese Potentialdifferenz Delta U damit die De Broglie Wellenlänge der befreiten sogenannte photomitierten Elektronen ein Nanometer groß ist wir können jetzt die totale Energie hier aus der Frage 3a in diese Formel einsetzen und dann diese Gleichung nach Delta U lösen und was man bekommt ist dass Delta U als gesuchte Potentialdifferenz ist die Planche Konstante im Quadrat geteigt durch zweimal die Masse des Elektrons mal die Wellenlänge im Quadrat das wäre nochmal die De Broglie Wellenlänge minus diese kinetische Energie aus dem Fotoeffekt geteigt durch die Elementarladung des Elektrons selber und numerisch mit den Angaben der Aufgabe dies ist gleich minus 1,8 Volt als Spannung das heißt die Elektronen die fotoemittierten Elektronen werden abgebremst wenn diese Elektronen als Materiewelle die angegebene De Broglie Wellenlänge von 1 Nanometer besitzen müssen damit haben wir die wesentlichen Konzepte des Fotoeffekts nach der Erklärung von Einstein zusammengefasst und anhand eines konkreten Beispiels geübt ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen Videoübung